Like a Hellcat Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu der Jubiläumsfolge Das war ja laut! Ja, es ist soweit. Es ist jetzt die zehnte Folge. Ich hätte ja jetzt nicht gedacht, dass ich so lange YouTube mache und auch nicht gedacht, dass ich so erfolgreich bin. Hallo? Und, da es euch ja so gut gefallen hat, dass ihr auf die Kommentare eingehen, ist wieder der berühmte Zettel hier. Ich werde auf zwei Kommentare eingehen. Der erste ist von Chris Kuss Bootcamp. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber sein oder ihr Kommentar lautet, kriege ich ein Hey. Hi. Grüße an dich. Es freut mich, dass ihr mein Video angeschaut habt. Hi. Dann von TLSM. TLSM Tami Zeyvan. Sprachenlernen Bubble. Ich weiß echt nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, weil ihr habt alle immer so komische Namen. Das ist schon echt schräg. NadelTV ist einfach Best in the Newcomer. Dankeschön. Ich fühle mich geehrt, weil ich hätte wirklich nicht mit so viel Erfolg gerechnet. Ich weiß, was soll der Bibi jetzt sagen, aber egal. Wir haben ja jetzt schon 680 Abonnenten. Ganz kurz vor 700 Abonnenten. Also abonniert mich nochmal fleißig. Einfach auf Display einmal drücken. Passt schon. Ihr werdet mein Gesicht abtas sehen. Und letztes Video habe ich ja gesagt, ich hätte... Bei 800 Likes gibt es eine Level Challenge mit meinem Papa. Und es waren leider nicht 800 Likes. Und deswegen, ich fordere euch auf, liked mein letztes Video. Link in der Beschreibung. Ihr wisst Bescheid. Ich muss den einfach quälen. Ihr wisst schon... HALF STOP! Oh Gott, oh Gott, ist da... Egal. So. Dann. Ich möchte euch nur noch kurz auf dieses Video hinweisen. Wie ihr sehen könnt, Computer ist hier. Heute gibt es ein Reaction-Video. Ja, wir haben rausgekriegt, wie es geht. Ich freue mich schon drauf, weil ich feiere solche Videos immer. Und wenn ich das jetzt selber mache, vielleicht gibt es ja Erfolg, ne? Und ich würde schon mal sagen, fangen wir an, oder? Leute, das ist kein Scherz oder so. Ich habe kein Bier mehr im Kühlschrank. Oh, gewiss. Scheiße, der muss ist halt. Ich muss laufen. Boah, das ist so schön, Mensch. Wie süß ich. Oh, wie Oma. Hö, wie Pa... Pop, 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 pop. So, ihr verkackten Hühnerficker. Ich erzähle jetzt mal einen Witz. Und ihr lacht gefährlich, ansonsten töte ich euch alle. Treffen sich zwei Jäger. Beide tot. Alter, was ist das falsch mit dem? Ein bisschen... Ein bisschen... Ein bisschen... Bist du auch mal? Weiter geht's. Jetzt hört mich nach, hab ich gesagt! Hö, wie Gabel, Hö, wie... Hühnchen mit Reiß, Hühnchen mit Kreiß. He, wie Igel, He, wie Jacke, Hö, wie... Katzenfleisch. Gelb. Jetzt haben wir es noch. Ich bin völlig... Ich guck da völlig deppert drauf. Irgendwie wie so ein Wassareli-Bild. Es ist ein rotes Ess auf gelbem Grund. Sie haben recht? Ja? Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist ihr Olli auf einem Kind. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so schön. Oh, das ist so... Geil. Okay. Ihr sagt beide gleich hässlich, obwohl ich euch nicht sehen kann. Hey, 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 hey! Ja, grabando! Sefagioni! 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 Ah! Alter, wie? Zu Hölle geht das. Hey, du kannst ja unter... Du kannst ja nicht atmen. Wieso? Wie? Hallo? Den spülst auf der einen Seite... Auf der einen Seite rein. Auf der anderen Seite wieder raus. Aber in der Zeit... Ist ja Betonplatte über dir, ne? Du siehst nicht, was passiert. Keine Ahnung. Egal. Weiter. Ich bin der schnellste Rapper von Deutschland. Weißt du nicht, komm mal, hör mal zu, wie schnell ich rappe. Haurang! Du hast gerade verständnis mir scheißegal. Guck mal, meine Uhr bling, bling, bling. Jeeeeeee. Ich schlag auf der Ar dieser Po... Ja. Ich kann nicht mehr... Hey. Leute. an alle Mero-Fans da draußen. Ja, kein Hate jetzt oder so, aber... Was ist das? Der ist hässlich? Kann ich rappen? Allein die Frisur. Moment, ich mach dir mal nach. Ist es mir leid? Das ist seine Frisur. Das ist Katastrophe. Oh Gott. Das ist so eine schlimme Verarsche. Schlag nochmal auf der Arschbappe. Und wenn jemand macht Fassi, muss ich uns schreibe auf deinen Kopf. Ah, es war ein Puh. Ich bin's Gangster. Ich bin's Rapper. Ich hab's ein roter Auto. Meine Kumpel ist drauf. Wir haben keine deutsche Paar. Ist uns scheißegal. Wir werden deutscher Serrat. Wir werden der schnellste Rapper. Ist uns egal, okay? Wenn du machst, ist es mir egal. Ist mir egal, ich schreibe dir. Wir schreibe dir, okay? Wir machen links, rechts, links, rechts, links, rechts. Puh, du hast es gar nicht verstanden. Ist egal, geh vor der Seite, okay? Geh vor der Seite. Was hast du dir gesagt? Hals deine Schnauze. Geh vor der Seite, okay? Wieso? Klass! Nicht vergessen, ihr seht es ja auch. Viele unterstellen mir ja immer so. Ungesund, ungesund. Ich so. Hals deine Schnauze, du Bastard. Was für ungesund. Hier ist Salat. Hier. Fokussier. Kamera. Kamera. Das ist eigentlich richtig. Moment mal. Also, als erstes. Er hat recht. Da ist Salat. Und weißt du was, wisst ihr, was ich so lange nicht wusste? Döner ist eigentlich gesund. Weil es ist Brot, also Brot, Fleisch, Salat. Und noch Tomate, keine Ahnung was. Und das ist gesund und schmeckt so gut. Und apropos, es heißt jetzt nicht mehr Döner, sondern Drehspieß. Ich hätte gerne Drehspieß. Ja, natürlich. Egal. Weiter geht's. Du fress Tetruin. Doch ich rasiere dein Team. Lock you. Mach mich auf Baba Rapper. Denn du bist ein Hundefresser. Alle, alle. Du hast gehört. Ich baller, du baller. Gegen eine Scheibe, Scheibe. Und du holst uns vor der Kamera, Kamera. Denn du bist ein Nix-Gonner. Ey. Ich wollte schon immer ein Rapper sein. Und werde in Challah ein paar Jahren einer sein. Jetzt will mich jeder runterkriegen. Doch, ich gehe nicht runter. Weil es hier ist Hamburg City, Altona. Baba. Okay, dazu muss ich wirklich kurz was sagen. Also ich bin ja beim Schulübertritt, bin ich zu einer Schule gewechselt. In meinem Ort. Und da hatte ich Klassenkameraden. Richtige Gangster, so Möchtegern-Gangster. Mit so Adidas-Ganzkörperanzug. Und die haben dann eine Rap-Gruppe gebildet. Das erinnert mich an die Fünftklässler und dann so eine Scheiße. Das ist heftig. Oh mein Gott, das ist so geil, ich werde hier. Ähm, wie hießen die? Orestes, Khan, wie ist der andere? Resul. Und keine Ahnung noch irgendwelche. Die sahen so idiotisch aus. Und die waren in der ganzen Schule so bekannt. Ich sah mir so... Oh Gott, ich kann nicht mehr weitergehen. Oh, ich fühle es. Ich fühle es. Ich bin kein Mann, aber ich fühle es. Oh, Mann. Er kann... Oh, oh, shit. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Wir sollen mal das hinziehen. Du musst deine Freundin werden. Da waren wir. Okay. Moment. Also. Jungs. Ärgert keine Mädchen. Ihr habt Schwachstellen. Und die Mädchen kennen diese. Also. Er kann sie nicht. Oh, der arme Typ. Mann, ist das ein hübscher Kerl, du. Jetzt guckst du mal mich an? Ja, geht so. Auf jeden Fall. Hau mal raus, wen findest du von uns beiden? Ja, sexier einfach. Wen findest du hübscher? Wen würdest du... Oh. Nice, Freunde. Wie alt bist du, wenn ich krank werde? Das geht ja mal gar nicht. FBI OPEN. Ficky, die Bisch unter 18. Alles darüber ist schwachs. Ich habe von Jungs einschluss gesehen. Ja, ich habe da abgeführt. An alle, die dieses Video halt nicht kennen. Oh, Gott. Oh, Gott. Das ist so lustig. Ich kann nicht mehr. Moment. So. Alle gesehen, ja? Ich wurde mitgenommen. Für nichts. Für nichts. Aua. Nein. Ah. Also, wenn ich mich hier mal hingefisst habe, da war das Ding so klein. Aber jetzt ist ja irgendwie so ein Funk, schaust du wie du, wie du, wie du, so sagst. Was ist denn mit euch noch? Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Jungs, warum lacht ihr so? Auf welche Droge seid ihr denn hergebringt? Was Rolf, was Rolf, was Rolf? Erst wenn die Reizgasanlage mit ihrem eigenen Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt, erst da wird Gas freigesetzt. Und vertreibt natürlich oder zwingt den Täter zum Rückzug. Und jetzt kann ich hier auch einen Alarm simulieren und Sie werden hören, wie die akustische Warnung klingt. Lassen Sie sofort den gesicherten Bereich, sonst wird Gas freigesetzt. Also, naja, er meint es ja jetzt nicht rassistisch oder so, aber das hört sich an Werderfilter. Jetzt, ich weiß nicht, ob man das rechtlich sagen darf, aber den Namen. Naja, ich wollte es nur sagen, falls diejenigen, also falls ihr nicht wisst, egal, weiter. Luca, gib alles krass. Lassen Sie! Oh mein Gott, nein, nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich, früher, ich kenn die Schaufeln. Jeder kennt sie wahrscheinlich. Ich bin da früher auch immer so lang gedüst und dann aus dem Nichts kam dann dieses, das Ende und dann nicht so. Aber mich hat es nie auf die Fresse gehauen bei dieser Schaufel. Das ist nicht so schlimm sein. Wer macht so was? Okay, und zwar, bei uns ist das so, wir sind Partner. Wir sind aber auch beste Freunde. Zeitgleich sind wir aber auch Geschwister. Das ist... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein... Ich habe gerade richtig schlimm geträumt. Warum Frauen länger leben als Männer? Also Applaus, das ist geil. Ich hab geträumt einfach, ich hab Schweinefleisch gegessen, das war so ekelhaft. Das kommt mir einfach hoch. Hier. Was meinst du, der drin kann? Ich glaub bis zu 52 km, 72? Nein, kann nicht. Junge, wenn die einmal nach links kommen, sind wir gefickt, Digga. Warte, wenn ich den vorbeigefahren bin, dann zie ich durch. Okay. Dann ist die Keen. Wie soll man das denn sehen, dass sie, du musst dein Befreund nicht werden! Aaaaaah! Chill, mach! Aaaaaah! 212! Aaaaaah! Es sind nur 200 km, chill! Aaaaaah! 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 Ey, die sind scharf. Dich! Doch! Bruder! Dieses Gefühl ist aber geil. Ohne Spaß, dieses Gefühl ist geil. Ich verstehe! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist so... Nicht wie so Leute teilweise noch mit echtem Motor-Sound. Okay, der ist die... Huh? Oh, nein... Der Rufang ist... Fier! 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 Du willst mich auf der Rückseite kommen? Ja. Oh, mir. Ich bin literalerweise mit Angst. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Subway Surfer. Subway Surfer. Sorry, aber egal. Geil. Das beste Spiel ever. Du gehst! Oh, bitte nicht. Mein Kuss ist effizient. Oh Gott. Oh Gott. B generation. Du gehst wieder weg. Ich bin schon wieder raus! Na komm! Geht? AHHHHH! 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 Na was? Geh her um! Bist sie eingefendet und im Stehen? Keine Ahnung! Ich stehe in das! Was war das denn? Warte! Jo, Oli! Du Fickstbirne! Du hast dich immer noch nicht bei mir gemeldet! Das mache ich hier mit dir! AHHHHH! 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 Hattet ihr schon eine Beziehung? Ja. Wie viele? Über 20. Staffurallah, über 20, tschüss! Maschine wie Spielmaschine! Ich hab gesagt, du räumst das auf! Männer räum nicht auf Frauen können das alleine machen! ich höre dieser dad das hat er vom bett ja was ist die hälfte vom 3 1,5 ich habe ein neues video muss ich jetzt selber nachdenken ich bin dumm ihr wisst bescheid sind das nicht die kleinen opfer hier die welt umgedreht wäre dann wird das so lauf und dann einfach so einfach mal irgendein random menschen ins gesicht klatschen von schweps und zwar ich bin der julian heute steigt eine fette party und ich bin dabei ich bin der gabriel und ich bin auch dabei ich bin akhmat javid wali waldi afghanistan sind aber ja kommt davon Wir sind die besten Tiere, die darf man nicht treten, das geht nicht mehr. So Freunde, ich habe eine Message an euch. Kinder trinkt keinen Alkohol, sonst seht ihr aus wie ich. Ja meine Freunde, ich hoffe das Video fandet ihr lustig. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Also abonniert meine Freunde, abonniert. Like das Video für ein paar zwei. Und ich würde mal sagen, also jetzt Spoiler Alarm, ich würde halt gerne so ein Sims 4 Let's Play machen. Ich weiß nicht, ob ihr Sims 4 kennt, weil ihr wisst schon in meinem ersten Video, ich bin Sims 4 süchtig und ich liebe Sims 4. Und ich dachte, ja die Videos kommen eigentlich bei YouTube mal ganz gut an. Deswegen, weil wir wissen ja jetzt wie das mit den Reactions geht. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr Spaß daran habt. Also als nächstes Video kommt ein Sims 4 Let's Play. Also und natürlich wollte ich mich nochmal für das Anschauen bedanken. Und auch einfach dafür bedanken, dass ihr da seid. Also ich finde es einfach glücklich, dass wir so viele Leute jetzt schon sind. Also einfach krank. Und vergesst nicht, mein letztes Video zu liken. Also meine Freunde, ihr müsst es liken. Also ihr müsst nicht, aber es würde mir echt, ich würde es brauchen. Also Link in der Beschreibung, falls ihr es nicht wisst. Und ja, und vergesst nicht. Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage.